Wir haben ein Pärchen gesucht, das Grave Side by Side eine Zeit lang begleitet und uns in ihrem Leben teilhaben lässt. Wir freuen uns, dass ihr jetzt hier seid und vor allem dabei seid. Erzähl uns mal kurz ein bisschen was über euch. Ich bin die Sophie, ich bin jetzt 18 Jahre alt und wir gehen im Herbst Pharmazie zu studieren. Ich bin der Roman, ich bin 20 und ich weiß noch nicht so ganz, worauf ich Bock habe, aber ja, ich denke mal studieren, arbeiten, irgendwas dazwischen so. Ja, sehr schön. Wie sehen eure Pläne konkret aus? Was habt ihr vor? Wir wollen bald mal in eine gemeinsame Wohnung ziehen. Ein Auto kaufen wir uns auf und dann fahren wir auch mal in Urlaub, gerade so jetzt, wenn der Sommer kommt. Einfach die Zweisamkeit jetzt genießen. Da habt ihr ja einiges vor. Dann freuen wir uns euch bei diesen Erlebnissen zu begleiten. Ja, wir freuen uns auch die Sieg. Voll.